Ja, zwei Best of Swiss Castro-Kreuz in der Hand, wir sind unglaublich glücklich, danke vielmals für die Votes, danke vielmals für eure Unterstützung, danke den Partnern, danke der Familie, danke mit dem Team, das sich jeden Tag so in Szenen setzt und einfach schaut, dass jeder Gast mit diesem Smile da rausläuft, eben, sky is the limit, danke vielmals, ich wünsche euch, tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.